Es geht nichts über ein gutes altes Buch, wo man lernt, wie man Leute mal so richtig verarscht. Und weil ich richtig geil finde an dem Buch, es heißt einfach nur Schämlichkeit, Band ein, was ist lustig, was ist illegal. Ich finde das einfach so geil, dass wir uns auf dieser ganz, ganz kleinen Grenze dazwischen bewegen. Dieser kleine Seiltanz auf der Grenze zwischen lustig und illegal. Denn schlussendlich sind wir, ich weiß nicht, wir sind hier im Prinzip ohne Mist beides gleichermaßen. Wir sind ja einerseits illegal unterwegs, immer nachts, wenn wir halt unseren Beruf ausüben. Und andererseits sind wir halt, ja, einfach mal lustig. Ich meine, wir sind doch tolle Gesellen, nicht? Bert kann Sims, die gar nicht schwanger sind, nach dem Entbindungstermin fragen und Sims zum Flitzen anstiften. Außerdem kann er Mülleimer umtreten, den Flitzen stampfen und Voodoo-Puppen am Computer kaufen. Und zur Krönung kann er die Voodoo-Puppe auch noch kitzeln. Also Voodoo-Puppen ist auf jeden Fall ein interessantes Kapitel, da werde ich mich unbedingt nochmal mit beschäftigen müssen. Ich hatte zwar noch keinen Computer, aber ich habe auch noch keinen, niemanden, den ich das alles antun möchte. So, Gospel-Spielen tun wir jetzt einfach mal nicht. Ich würde unbedingt mal schauen wollen, wo es jetzt in der Stadt irgendwo was Geiles zu tun gibt. Es ist frühmorgens. Ja, ich weiß, da gehen die meisten arbeiten. Ich muss jetzt vor allem mal schauen, wie ich hier rauskomme. Welten verweilen? Nee, abbrechen. Äh, äh, ähm, ähm, ähm. Aber warte, verreisen kann ich doch, glaube ich, hier, oder? Ich gehe einfach auf meinen Sim und... Nee. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich ganz offiziell verwirrt. Wo kann ich hier bitte schön weg? Ich will außerhalb der Stadt. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich hinten, wie ich reisen kann. Äh, Bücher blättern brauchst du nicht. Wir gehen jetzt einfach mal auf eine Bar und suchen uns ein paar Leute. Wir brauchen unbedingt Kontakte für alle möglichen Sachen. Einerseits natürlich, um eine kleine, süße, ja, Vampir-Schnecke zu finden, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt hier vor allem eine Vampirwelt, die ich super toll finde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier auch so was wie eine Gaststätte gibt. Och, der, der, der Typ hat sich aber gegönnt. An sich müsste ich den heiraten und dann in sein Haus ziehen. Das wäre irgendwie so der ultimative Plan. Vielleicht mache ich das auch. Ich bin mir noch nicht sicher. Müssen wir mal schauen. Ich brauche vor allem ein geschlossenes, äh, Etablissement, heißt das so? Ich glaube schon. Bibliothek ist was für Loser Fitness. Das ist immer selber zu losig für Nachtclub. Das ist eigentlich so der perfekte Ausgleich für alles Mögliche. Um 8 Uhr morgens im Nachtclub. Das ist der gute alte Bert. So kennt man ihn. So lebt er. Und so feiert er sich. Und, äh, seinen Bruder. Aber den kennt er ja noch gar nicht. Das ist ja alles noch so geheim. Keiner weiß so wirklich. Und ganz zuletzt wissen die natürlich, was da schlussendlich abgeht. Und mit der können wir doch direkt mal hier freundlich vorstellen. Uns ein bisschen außen austauschen so. Ich meine, man kennt sich ja noch nicht. Das ist halt einfach so gruselig. Ich glaube, der will die einfach nur, ja, verführen. Würde ich jetzt nicht sagen. Sag mal, aber du brennst jetzt hier nicht, oder? Du bist ja jetzt im Inneren. Da dürfte es nicht so schlimm sein. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich habe ja wieder irgendwelche schämischen Interaktionen, die ich hier auszuführen habe. Das mache ich direkt mal als erstes. Nicht, dass ich es dann am Ende vergesse. Weil sowas vergesse ich dann halt einfach immer. Äh, ne. Bestehlen, das wollen wir natürlich nicht. Bestehlen ist dann so eine Sache. Ich meine, ich werde es im Laufe der Zeit noch machen. Aber jetzt noch nicht. Denn, äh, ich weiß ja nicht. Das ist, glaube ich, nicht zum Kontakt schnüpfen so krass toll. Gut. Machen wir erstmal unsere ganz normalen Aktionen. Und dann, ich meine, die ist an sich, schon ganz süß, ne. Also, schlecht aussehen tut sie nicht. Vielleicht würde ich hier noch eine andere Frisur verpassen. Aber so als vorübergehende Freundin, oder vielleicht, wenn sie uns gefällt, auch später richtige Freundin, kann man sie schon akzeptieren. Sagen wir es mal so. So, mach hin. Und dann als erstes natürlich die Frage, alle Fragen. Sag mal, gibt es da eigentlich schon Würstchen im Brötchen? Oder da brauchst du noch... Oh, sie ist verheiratet. Mit Markus. Ich weiß nicht, wer Markus ist. Ist aber nicht unser Typ, oder? Ne, das ist Johnny. Okay, dann weiß ich schon mal, wen wir auszuschalten haben. Äh. Nein, nicht auf Wiedersehen. Nein, bleib, bleib. Du musst bleiben. Du bist meine große Liebe. Bitte, verlass mich nicht. Wir müssen reden. Ich muss dir den Tag verschönern. Wir können ja an sich... Also, es ist ja sowieso schwer, habe ich ja schon erwähnt. Es ist schwer, mit jemandem Kontakt zu knüpfen, der noch nicht... Der, der, der schon verheiratet ist. Also, so sexuellen Kontakt, ihr wisst Bescheid. Aber jetzt... Es ist nicht unmöglich. Sagen wir es mal so. Das kriegen wir schon hin. Ähm... Plasma... Ne, es ist... Wir wollen ja nicht böse sein. Wir können einfach mal... Romantik ist immer noch zu früh für. Wir machen einfach das, was wir am besten können. Die Leute erschrecken und sonst was machen. Was will man mehr? Oh, ich habe eben erfahren, dass sie Mixerin ist. Das hätte ich früher... Da wäre ich von alleine nie drauf gekommen, bis sie ehrlich wissen. Aber die Beziehung geht voran. Oh. Aber sie fand es witzig. Na gut. Na, das ist ja das Wichtigste. Mittlerweile haben sich hier ziemlich viele Leute angesammelt. Also, auch hier sind schon so einige. Ich könnte die Gelegenheit nutzen, einen mal kennenlernen und dann bei allen mal anzapfen. Einen auf Zapfern machen. Sag mal, Fräulein. Fräulein! Also, so geht das nicht. Ach so. Oh Gott. Ich habe gesagt, wir sollen in die Wolken schauen. Okay, das ist keine gute Idee. Weil dann sterbe ich wahrscheinlich. Das wollen wir ja nicht. Kann ich die wieder irgendwie herbeirufen? Weil ich finde das jetzt nicht so gut, dass die da hinten jetzt rumhängen. Ne, die ist jetzt halt einfach weg. Okay. Alles klar. Dann, ach komm. Wenn wir schon mal da sind. Wir können auch ein paar andere Leute kennenlernen. Ich meine, hier gibt es genug heiße Schnitten. Hier, guckt euch die mal an. Junge Erwachsene. Was will man da mehr? Hallo, junge Frau. Ich meine, das Gute ist daran, dass man Vampir ist. Heißt es ja immer so, die Vampire. Da stehen die Frauen drauf, ne? Also die ganze Twilight-Geschichte und so. Ist das vielleicht Markus? Oder ist das Johnny? Das sieht mir aus wie Johnny. Ja, das ist der Johnny. Und die hat es irgendwie nicht wirklich drauf. Ja, führt einfach mal ein Gespräch. Lasst euch vom Gespräch leiden. Ich werde euch dann nicht unterbrechen. Du brauchst soziale Interaktion. Auch wenn du ein Einzelgänger bist. Du brauchst das einfach hin und wieder mal. Äh, Eric. Ich suche immer mal nach diesem Markus. Weil der ist mir echt... Ja, also ich würde den gern irgendwann mal... Ich sage mir jetzt nicht, dass das Markus ist. Ne. Okay. Ich würde einfach... Der sieht halt einfach schon so aus wie... Ich weiß nicht. Der sieht aus wie ein Rentner. Ich weiß, der ist etwas älter, aber der sieht halt einfach nur so aus wie 80. Nein. Okay, ich übertreibe. Wie 60. Wie 60. Das wird uns wahrscheinlich eher treffen. Okay. Genug getan. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall wieder heim. Äh. Ne. Du sollst... Nein. Was? Auf aktuellem zentrieren. Nein. Du sollst wieder heim, Junge. Ich will, dass du nach Hause zurückkehrst. Warte, ich kann da glaube ich auch einfach hier drauf drücken, oder? Ja, zurück nach Hause. Okay, wunderbar. Denn wir werden jetzt einfach mal eine andere Taktik schieben. Ich werde die jetzt mal zu uns nach Hause einladen. Ich weiß nicht, unser Tag beginnt ja... Beziehungsweise unser Job beginnt 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, jetzt nochmal einzuladen für die paar Stunden. Ich werde... Ich werde das morgen machen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen Orgel spielen und dann lade ich die zu mir ein am nächsten Tag. Und dann wird die aber auf jeden Fall... Ich meine, in der Bar kann ich verstehen, dass die jetzt nichts mit uns anfangen will. Ist ja immer so eine Geschichte. In der Bar sieht eigentlich jeder. Aber wenn wir dann erstmal zu Hause sitzen, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen privater. Sprich, keiner sieht uns. Und wir können durchaus mal unsere... Ja... Sexuellen Bedürfnisse befriedigen, wenn ich das mal so sagen kann, ne? Ach, Göttchen. Ne. Also so schnell wird das, denke ich mal, nicht gehen. Wobei das immer eigentlich so One-Night-Stand-mäßig ist. Das ist so ziemlich das Erste, was man tut. Das stimmt schon. Aber wir werden mal schauen. Ich meine, jetzt können wir es ja noch nicht wissen. Jetzt werden wir erstmal nochmal heiß gemacht, dass wir unseren Job gleich richtig gut erledigen. Und irgendwann werden wir die schon noch zu Gesicht bekommen. Und wenn wir ihren Ehemann sehen, wir sind zwar noch nicht stark, aber Fitnessstudio ist auch eine gute Option für einen Vampir. Sieht man ja auch am Beispiel. G.P., der macht das ja auch. Da kann man auch durchaus mal gegen jemanden kämpfen. Und, ja, man hat halt alle unfairen Vorteile, die es überhaupt gibt auf der Welt. Wobei, man muss auch dazu sagen, wir haben hier auch eine Einschränkung. So und sowas wie ein Handicap. Wir wohnen halt einfach mitten in der Wüste als Vampir. Das hätte ich mir besser überlegen sollen, aber ich habe das gar nicht mal so unüberlegt getan. Ich wollte nämlich einfach mal in das... Ich meine, ich bin sowieso drin. Was juckt es mich dann, wie es draußen ist? Da kann die Sonne scheinen, wie es will. Das ist mir dann schlussendlich doch relativ... Rille. Mach das, was du immer machst. Ich muss fleißig arbeiten. Ich habe ja hier eigentlich alles abgeschlossen. Ja, was will man mehr? Oh, Vladis Schlaf ruft an. Du wirst dich sicher über deinen neuen Vampirenergien wundern. Sie nähert deine Kräfte, sodass du verschiedene magische Dinge tun kannst. Aber keine Sorge. Wenn sie dir ausgeht, kannst du schlafen und dunkle Meditation praktizieren, um sie wieder aufzuladen. Sie verbrennt jedoch in der Sonne. Wenn du dich ohne Vampirenergie im Sonnenlicht aufhältst, verbrennst du. Also sei während des Tages immer vorsichtig. Ähm, ohne Vampirenergie das Tageslicht? Nein. Okay. Wunderbar. Ich glaube, das ruft mich einfach nicht mehr an. Ist mehr so für die Leute bestimmt, die sich halt schon damit auskennen und nicht nochmal so ein Tutorium brauchen. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn der Mama wieder anruft. Da weiß ich Bescheid. Und hier ist die Vampirenergie. Jetzt verstehe ich die auch endlich mal. Vor vorher habe ich das aber nicht so ganz gewusst. Gut. Und ich wurde nicht befördert. Mann, nun. Dann ist es auch morgen soweit. Bin ich mir ganz sicher. Oh, ein Mensch. Äh, sogar noch ein Mensch. Sag mal, hat man die nicht schon mal irgendwie gefordert? Na, naja. Alle guten Dinge sind zwei offensichtlich. Ja, mach ruhig, Junge. Gönn dir. Ist okay. Man braucht ja immer mal. Und hauptsache, der ist angespannt wegen der Arbeit. Ist okay. Ich meine, andere Leute, die gehen in eine Bar, wenn sie angespannt sind oder sonst was. Ja, Bert. Der sorgt einfach ein paar Leuten und dann geht es ihm wieder halbwegs gut. Kann. Achso. Ich dachte schon. Fremde Gefahr. Einzige, die fühlen sich in der Nähe von Menschen nicht so ganz wohl. Ich sehe es schon. Bei jemandem Luft machen. Ja. Es wird ja langsam wieder Tag. So. Und jetzt. Oh. Perfekt. Diesen Kokett. Aber es braucht man mehr. Äh. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die gute alte Ude. Mh. Und ich würde die mal einfach mal ähm Kollege. Genau. Hier einlaufen auf Grundstück abzuhängen.